Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Benjo and Kazooie. Es geht wieder weiter in einer neuen Runde, in einer neuen Folge. Hier sind wir gerade unterwegs zu Zoras Domain. Im letzten Part leider irgendwie ein bisschen hängen geblieben, keine Ahnung wie es weiter ging. Aber als ich mich hier nochmal umgesehen habe, ist mir was aufgefallen, denn hier an der Wand, direkt am Start, ist hier einfach eine Kletterwand. Und, ja. Okay, ich denke mal, wenn man jetzt hier direkt loslegen will, ist die doch schon ein bisschen unauffällig, diese Wand. Keine Ahnung, wo uns das jetzt... Okay, das muss was Größeres sein. Alles klar, geilo. Schön, okay, wir können jetzt hier wieder Puzzleteile usen. Äh, sieben Stück und das sieht doch aus wie Zoras Domain. Was, wir haben die Hälfte geschafft, dieser, von der, von dem Mod? Okay, alles klar. Schöne Info, auf jeden Fall. Ich muss auf jeden Fall mal wieder ein paar Eier sammeln. Wir sind ein bisschen out of Eier. Ähm. Ja, irgendwie haben wir die im letzten Part ganz schön verschossen. Aber hey, äh, das kommt ja alles wieder, ne? So, darüber komme ich auch nicht, zu der goldenen Feder. Okay, aber jetzt können wir endlich in Zoras Domain rein. Wir haben uns letzten Part, also ich zumindest, oft gefragt, wie wir da reinkommen sollen. Ich stand auch vor der Tür und dachte mir, hä, wie soll ich das jetzt machen? Haben hier gefühlt auch alles zerlegt und alles ausprobiert. In der Hoffnung, dass wir irgendwo noch ein paar, ähm, ja, ein paar Schätze finden. Irgendwie Bienenwaben oder vielleicht auch einfach nur ein Puzzleteil. Aber alles war hier theoretisch umsonst. Wir haben maximal ein paar von den Schädeln bekommen. Ja. Aber hey, jetzt geht's endlich weiter. Jetzt kommen wir in ein neues Level rein. Da freue ich mich. Und auch, äh, goldene Federn müssen wir mal gucken, dass wir da wieder ein bisschen auffüllen. Da habe ich nämlich jetzt auch ziemlich viele verbraucht. Aber das kriegen wir bestimmt irgendwie hin. So, jetzt geht's rein, Leute. Juhu. Neues Level, neues Glück, würde ich sagen. Und daraufhin erst mal einen schönen Schluck Kaffee. Ah, so was du, Maine. Und da sehe ich gleich irgendwie so einen Sprengkopf im Wasser. What the hell? Tü, tü, tü. Jo, scheint sich auf jeden Fall auch ein bisschen verändert zu haben. Ah, bin gespannt, wie weitreichend das hier ist. Aber wir fangen erst mal an, Noten zu sammeln, würde ich sagen. Hm. Hi. Äh, hi. Voll daneben. So, das nehmen wir auch mit. Kann ich hier rein? Natürlich kann ich hier rein. So, der Shop, Leute. Was ist im Shop? Äh. Äh. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Wie ist irgendwie das Holz gelaufen? Warte mal kurz. Äh. Nö. Du Kacke, was ist denn das? Okay, ich lande jedes Mal wieder im Eingang, wenn ich da verliere. Ach du Scheiße. Oh, gar kein Bock, dort müssen leben. Okay, aber es ist, ja, es ist halt fair. Man verliest kein Leben. Tschüss. Man verliest keine Noten. Was haben wir da für ein Spiel? Äh. F-Zero. F-Zero X ist das. Heißt aber auch, wir können das später machen. Oh, ich ist auch. Ey. Okay, das ist doch kein Geheimversteck. Mann. Ja, theoretisch steht das einfach nur Biene. Okay. Wir gehen nochmal rein, oder? Ich will dieses schwierige Labyrinth aus Eis hinter mir haben. Relativ schnell. Wo steht denn da ein Schneemann? Da stehen überall Schneemann da irgendwie. Mann, gar kein Bock. Hm. Wer mich kennt, weiß ja... Eis ist auf jeden Fall mein Lieblingselement. In solchen Spielen. Ah ja, okay, ich sehe schon. Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Das ist doch... Was ist dann erst in der Schneehülle? In der richtigen Schneehülle drin? Das soll schon wieder einer verstehen hier. Ja. Okay. Ich glaube halt richtig eklig sind wirklich diese einzelnen Steps hier. Oh Mann! Mann, 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 Mann! Aber wie macht man das am besten? Ich habe eine Note gefunden wenigstens. Wow. Dieser Fortschritt. Er ist amazing. Oh Mann! Warum kann man denn nicht gleich... Weißt du, da startest du da vorne an dem Level neu. Warum kann ich denn nicht gleich hier drinnen neu starten? Dann muss ich jedes Mal noch diese kleine Runde laufen. Ach Mann. Okay, aber theoretisch können wir jetzt mal... Theoretisch könnten wir auch einen anderen Pfad einschlagen. Obwohl es gar nicht so leicht ist, einen anderen Pfad einzuschlagen. Da war auf jeden Fall noch so ein Schädel. Oh Gott, ey. Jetzt muss ich da rüber. Mann, was war das denn? Panjo, Junge! Kotz ey So Mir wurde aber schon öfter gesagt, ich soll solche Szenen drinnen lassen Wo ich ein bisschen wütend auf mich selber bin Okay, das war aber gar nicht so schlecht Ich meine, man muss ja Da gibt es bestimmt das erste Puzzleteil Ich hoffe es zumindest Das ist ja schon Echt eklig sonst Also es ist übrigens so Ich kann ganz kurz laufen Und dann fängt er einfach an zu rutschen Aber theoretisch Wie soll ich denn an den da drüben dran kommen Scheiße, ich will diesen Schädel haben Ist es Ist es für euch relevant, dass man alle diese Schädel hat Um 100% zu haben Oder sagt ihr Nö, die Waben Die Noten und die Puzzleteile Reicht euch völlig aus Weil die Schädel sind jetzt irrelevant Da gibt es genug von Schreibt es mal gerne in die Kommentare Ob für euch das wichtig ist Dass man alle Schädel hat Also Jumbos oder wie die heißen Hm Ja, wahrscheinlich auch einfach ein getimeter Sprung Ich kann pokern Okay, zumindest nochmal den Schädel bekommen Leute, das ist so ein Kackel Okay, ich strecke mich jetzt mal an Ich habe jetzt eben nur ein bisschen Aufwärmübungen und so gemacht Jetzt zeige ich euch mal Wie man das Puzzleteil holt Ohne dass man runterfällt Und äh Dann möchte ich aber Beifall haben Auf jeden Fall So Ja, das ist ja eigentlich gar nicht so schwierig Man muss wirklich nur drauf achten Dass man immer seinen Schatten sieht Der halt auch einfach ganz komisch immer mal aufploppt So Jetzt äh Die rechte Seite müssen wir uns theoretisch ja gar nicht mehr vornehmen Mann Banjo Mann Banjo Mann Banjo Mann Banjo Mann Banjo Haha, scheiße Oh nein Ihr müsst da nochmal lang Habt ihr das gesehen? Mann Banjo Diese blöde Wabe da Mann Boah Alter, da habe ich viel Leben verloren Mann Was? Ich hätte diese Sprungattacke nicht machen dürfen Warum? Oh, ich darf aber nicht sterben Dann muss ich das alles nochmal machen Ne Aber ich will da mal kurz Ich will da Warte mal, wo kriege ich jetzt ein bisschen Leben her? Oh nein Ah, okay Ein Leben Komm her, du blöder Frosch Zack, zack, zack Ah Zwei Leben Komm hier noch irgendwo was? Auf jeden Fall Auf jeden Fall Ein paar Eier Man, das ist aber auch eklig, oder? Ganz ehrlich Dieser Abschnitt ist ja sowas von heftig eklig Ähm Was hat denn das? Was hat denn das hier mit den Fackeln auf sich? Ne Oh, da zieht zwei Leben Ich will jetzt nicht sterben Dann muss ich alles nochmal machen Wie doof ist das eigentlich mit diesem Leben? Wenn du Alle Deine Lebensenergie verlierst So, warte mal Ich muss jetzt Ich muss jetzt den machen Ging jetzt einfach nicht anders Sorry, Leute Musste sein Musste sein Sonst wäre ich gestorben Ich habe jetzt zwar viele goldene Federn verbraucht Ich hoffe, ich brauche die jetzt nicht demnächst Aber ich bin halt auch einfach echt ungünstig gerade abgestürzt So Okay Ja Was ist das eigentlich für Schneemann Gegner? Gab es die früher auch schon? Mann Warum denn? Ich verstehe das nicht Manchmal springt der einfach nicht Voll am Crying hier Der Typ Ah Ich mache es da hinten erst mal den Vogel weg Ich hoffe, das wird jetzt besser Tü 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 Haben wir schon echt viel geschafft heute Ne? Diesen tollen Eisabschnitt da Noch gar nicht hinter uns gebracht Und schon fünfmal von einem Vogel gegessen worden So, tschüss So Ist hier irgendwas? Hä? Eigentlich nicht, ne? Normalerweise gab es hier eine Schatzkiste Mit einem schönen Herzteil drin Stattdessen habe ich jetzt eine Abgewandelte Version eines Shops mit Eishöhle und Rutschpartie Wunderbar Das habe ich mir immer gewünscht Schluck Kaffee, Leute Dann brauche ich jetzt, um runterzukommen Oder aufzudrehen, damit ich mich konzentrieren kann Sucht euch aus Er hat, äh, nichts gebracht Oh nein Aber stellt euch mal vor Ich müsste jetzt jedes Mal, wenn ich runterfalle Komplett neu anfangen, ey Ich wäre so verloren Ich wäre so verloren Äh Ich weiß nicht Ich könnte ja auch versuchen, so mal Da lang zu laufen Ich glaube, dann rutsche ich halt nicht Aber dann habe ich halt kein Doch, ich rutsche trotzdem Okay, das ist noch Ja, das ist noch viel schlimmer Äh Dann kann ich halt nicht zwischenfliegen Das ist nicht gut Diddl, 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 diddlu Bam, bam Ja, Leute Gehört aber einfach dazu Dass man halt auch mal Auf den Sack bekommt, ne Ich meine, deswegen haben wir ja Solche Spiele Einfach damit Äh Es ist halt schwer Und es ist auf jeden Fall Nicht mehr ein Genre Das merkt man immer wieder, glaube ich So Also wir haben jetzt noch Eine, ne Zwei Missionen Und zwar Die Honigwabe Vielleicht muss ich einfach von hier aus Ha Schau mal an Zack Zack Dann, äh, ja Mann, das war so gut Ich dachte, ich schaffe jetzt alles Vielleicht sollte ich das Todesrad hier mal mit reinbringen Unser Ich glaube Da hätte ich, äh Mehr Spaß dran Obwohl es ist ja kein Tod, ne Man, man verliert ja kein Leben Mehr Spaß dran vor allem Ich wäre am Dauer drehen Also Dauer drehen Im Sinne von Mein Rad dreht sich Und Meine Drehen fließen Das meine ich damit So Leute Jetzt bin ich aber guter Dinge Dass wir jetzt endlich mal durchkommen In Versuch 223 Denn Das Glück ist mit dem Mutigen Und ich, äh, fall einfach runter Mann Ah Leute Die, die das Level schon mal gespielt haben Wart ihr da besser unterwegs als ich? Hattet ihr da mehr Glück? Oder Ging es euch ähnlich? Vielleicht bin ich ja auch einfach schlecht Also Ganz ehrlich Ich bin ja Ich bin ja ehrlich Es ist einfach Nicht mein Genre, ne So Jump and Run Zeug Ähm Ich stell mich da ziemlich doof an I know Ah, vielleicht muss ich auch einfach mal den Mund halten Und den Controller sprechen lassen Mach ich jetzt mal Na, ich bin jetzt mal kurz ruhig So, jetzt der Big Jump Gott sei Dank, ey Gott sei Dank, ey So, ich kann jetzt fliegen Warum soll ich fliegen? Oh nein Ich hab Ich hab ja böse Vorahnungen irgendwie Oh nein Muss ich die jetzt alle wegklatschen? Ne, okay Das ist der Rückweg Oh, ich dachte schon Weil die so Xer auf ihrem Kopf hatten Hab ich irgendwie die Befürchtung gehabt Dass ich die Dass ich die wegbashen muss Und dafür dann noch was bekomme Aber nein Gott sei Dank Nicht Okay Gut, dann haben wir den Abschnitt schon mal geschafft Schön Wow Hat ja nur fast die ganze Folge gedauert So, dann haben wir hier so einen Sprengwagenuntersatz Da unten könnte ich theoretisch durchtauchen Aber ich glaube das ist auch eher wieder was für eine Verwandlung Hi mein Freund So, eins, zwei Da war das Leben Drei Ich hab schon wieder so eine komische Anzahl an Noten irgendwie, oder? Es fehlen irgendwie zwei Menno Wo hab ich denn die liegen gelassen? Ne, ihr habt ja gesagt Die kommen eigentlich immer im Fünferpack vor Shit Habe ich die da jetzt in dem Level liegen gelassen irgendwo? Hier drinnen Gab's da noch irgendwas? Ist euch was aufgefallen? Okay, wir gehen erstmal weiter nach oben Natürlich Okay Ich ignoriere den Vogel mal Obwohl, ne Ich mach ihn gleich weg Ich mach ihn gleich weg Ich mach ihn nicht weg Mann Der ist aber in der richtigen ekligen Position Ich schieße einfach Eier, oder? War definitiv besser Und natürlich mein Leben Mann Ich hab auch kein Glück heute Naja, gut Leute Ich würde sagen, das war's erstmal mit dieser Folge Und wir hoffen einfach mal, dass das Unglück mit dieser Folge abstirbt Und wir in der nächsten Folge ein bisschen mehr Glück haben, was das angeht Ich will auf jeden Fall nicht sterben Wir haben, ähm Ja, doch schon jetzt schön was erreicht Und ich hoffe, das Bleibt auch erstmal so Und ich hoffe, hier kommt jetzt nichts Böses auf mich zu Sieht das mal gut aus Okay Vielen Dank fürs Zusehen Gerne liken, kommentieren Und bis zum nächsten Mal zu Jigis of Time Tschüssi Leute 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 Vielen Dank.